Entweder ich gehe Side-Dane oder ich bin der Falllob zu einem Gage. Ich bin nie der Engage. Wir haben Yasu Diana. Oh mein Gott, bin ich gut auf diesen Champion oder was? Holy fuck, das war doch... Ich bin der Engage, ne, war meins? Schelle, da war ne Schelle für die Gegner, sag ich immer.